Das nächste Paar, ein Club Hippik Beaufort, ein Teilnehmer, der wie Sie sehen eine Uniform trägt, der jetzt halt bei der Luxemburgischen Armee zu Hause, mit Laureat de la Lange, acht Jahre alt, ist dieser Fuchs, herzlich willkommen, Marcel Eben. Das nächste Paar, ein Club Hippik Beaufort, ein Club Hippik Beaufort, ein Club Hippik an Vielen Dank. Und er möchte bestimmt auch dazugehören, aus Luxemburg, Marcel Eben-Lauriante der Arrange. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020